Tag zusammen, Jack Pop hier. Wir sind wieder hier in Jena unterwegs, da waren wir vor ein paar Wochen schon und haben Superhelden einem Realitäts-Check unterzogen. Und ihr habt uns neue Vorschläge gemacht und einen davon haben wir uns ausgesucht. Heute geht es nämlich um Kirby, aber auch weil wir Retro-Games einfach lieben, oder Henry? Wir lieben sie. Henry ist hier an der Hochschule Physikdozent und der wird uns heute zwei Skills von Kirby erklären und ob die im echten Leben auch so funktionieren würden. Skill Nummer 1, das ist natürlich Kirbys krasse Saugkraft. Auf jeden Fall. Saug-Effekte funktionieren grundsätzlich über Druckdifferenzen, wie zum Beispiel einen Staubsauger. Das heißt, es gibt Orte größeren Drucks, Orte niedrigen Drucks und der hohe Druck drückt die Luft in Richtung des niedrigen Drucks. Und um uns rum ist eigentlich die ganze Zeit ein ziemlich großer, krasser Druck. Und dazu habe ich mal was vorbereitet. Und zwar sehen wir hier als Blau die Erde und als Gelbe ist die Erdatmosphäre. Und über uns sind viele Kilometer Luft, die mit ihrem Gewicht auf uns draufdrücken. Und auf einem Quadratmeter Erdoberfläche drückt die ganze Zeit eine Masse von Luft von etwa 10.000 Kilogramm. Das ist ziemlich viel. Und die richtige Einheit des Drucks ist eigentlich Pascal. Und wenn man diese 10.000 Kilogramm pro Quadratmeter in Pascal umrechnet, ergibt das einen Druck von insgesamt 100-1300 Pascal, der permanent auf uns draufdrückt. Das heißt also, Henry, wenn Kirby jetzt was einsaugen will, dann muss er in sich drin einen geringeren Druck erzeugen, als draußen Luftdruck ist. Ganz genau. Und das macht er so, indem er einfach sein Volumen vergrößert. So funktioniert auch unsere Lunge. Das Zwerchfell vergrößert unser Lungenvolumen. Der Druck sinkt ab. Und jetzt ist draußen der Luftdruck größer und drückt die Luft quasi in unsere Lunge rein. Und wir können einfach mal ausrechnen, wie viel Druckdifferenz in Kirby herrscht, wenn er sozusagen einatmet. So, und dazu nutzen wir einfach eine einfache Formel. Wir nehmen an, dass Kirbys Temperatur im Inneren konstant bleibt. Das bedeutet, wenn sich das Volumen vergrößert, verringert sich der Druck genau um denselben Betrag. Und wenn wir annehmen, dass um Kirby herum genauso viel Druck ist wie bei uns, dann macht das eine Druckdifferenz von 50.000 Pascal. Das klingt viel. Und jetzt muss man noch rauskriegen, ob das reicht. Ganz genau. Also die Druckdifferenz ergibt sich aus der Kraft, die auf den Körper wirkt, multipliziert mit seiner Querschnittsfläche. Und die Kraft wiederum, die ergibt sich aus Masse des Gegners mal die Beschleunigung. Und die Beschleunigung, die habe ich wieder nachgemessen. Auf den Gegner wirkt eine Beschleunigung von 6,5 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das ist ungefähr zwei Drittel der Erdbeschleunigung auf der Erde. Und die Masse, das ist das, was der Gegner wiegt. Genau. Wie kriegen wir das raus? Das Internet sagt, dass Kirby 20 Zentimeter groß ist und 280 Gramm wiegt. Ein Stück Butter. Genau. Und es gibt große, kleine Gegner, deswegen würde ich sagen, ein Kilogramm nehmen wir als Masse für den Gegner an. Und als Querschnittsfläche, die sind ungefähr immer gleich groß wie Kirby, deswegen nehmen wir einfach dieselbe Querschnittsfläche wie von Kirby. Und wenn wir das einsetzen und ausrechnen, kommt da raus, dass das insgesamt 207 Pascal sind, die nötig sind, um so einen Gegner einzusaugen. 207 Pascal, das ist ja viel, viel, viel weniger als die 50.000, die in Kirby drin sind. Das heißt, das würde funktionieren? Genau. Theoretisch würde das funktionieren. Hast du mal so ein paar Vergleichswerte, um das einzuordnen? Also bei einem tiefen Atemzug, wenn wir tief einatmen, da schafft die Lunge eine Druckdifferenz von ungefähr 3000 Pascal. Und so ein handelsüblicher Staubsauger, der schafft so 20.000 Pascal. Aber diese Annahme, die wir hier gemacht haben mit der konstanten Beschleunigung, die ist ziemlich grob. Das ist nur ein theoretischer Wert. Und zwar wird die Druckdifferenz nämlich sinken, wenn immer mehr Luft in Kirby reinkommt. Das bedeutet, der hält diese Beschleunigung nicht die ganze Zeit aufrecht, sondern die wird immer weniger. Sonst könnten wir auch beim Einatmen irgendwelche kilogrammschweren Gegenstände einfach ansaugen. Okay, schade. Funktioniert also nur in der Theorie. Das heißt, Kirby müsste so eine Art Turbine in sich drin haben, wie beim Staubsauger, damit das konstant funktioniert. Klappt aber nicht. Das heißt, Henry, wir brauchen ein Workaround. Genau. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, wie Kirby einen geringeren Druck in sich erzeugen könnte. Und zwar, indem er sich innerlich abkühlt. Safety first. Ich habe die Schutzbrille auf und Henry hat die Skibrille auf. Ja, ich trage nämlich im Labor auch manchmal den Skianzug. Sehr nerdy auf jeden Fall. Henry, erklär uns das Experiment. Wir erhitzen hier drinnen ein bisschen Wasser. Daraus wird Wasserdampf. Das ist ein Gas. So, und dann nehmen wir diesen heißen Kolben, stecken den hier rein. Das Gas kühlt sich ab, nimmt weniger Raum ein. Dann sinkt der Druck und der äußere Luftdruck drückt die Flüssigkeit in den Kolben rein. Und das wäre quasi der Saug-Effekt, den Kirby nutzen könnte. Und deswegen haben wir euch diese Flüssigkeit, das ist ganz normales Wasser, so schön Kirby-Farben eingefärbt. Henry, let's do it. Legen wir los. Und was wir hier jetzt schön sehen ist, dass das Gas, was vorher den ganzen Kolben eingenommen hat, das passt jetzt hier oben in dieses kleine Stück rein. Skill Nummer zwei ist, dass Kirby zu schweben scheint, wenn er aufgeblasen ist und nach unten fällt. Und wir haben das hier mal am Kirby-Ballon mitgebracht. Henry, warum ist das so? Weil wenn der Ballon aufgeblasen ist, wenn Kirby viel Luft in sich drin hat, dann ist er ja eigentlich schwerer. Müsste er da nicht schneller nach unten fallen? Macht er nicht, weil eigentlich fallen alle Körper gleich schnell. Okay, theoretisch, aber es ist ja nicht so. Das heißt, es gibt Effekte, die dem entgegenwirken. Genau. Wir haben hier zwei Effekte, die hier eine Rolle spielen. Das erste ist der Luftwiderstand. Je größer ein Körper ist, desto mehr Fläche er hat, desto größer ist der Widerstand, den ihn die Luft entgegenbringt. Und das sieht man beispielsweise an Fallschirmspringern. Das heißt, ein doppelt so großer Kirby, der fällt aufgrund seiner größeren Fläche langsamer. Zweiter Effekt ist? Der Auftrieb. Das heißt, jeder Körper, der sich in einem Fluid, in der Flüssigkeit, in einem Gas, beispielsweise der Ballon in die Luft befindet, der erfährt eine Kraft, die ihn eigentlich nach oben drückt. Kennt jeder, wenn er in der Badewanne sitzt oder im Schwimmbad, da fühlt man sich leichter. Ja, das ist das, was Archimedes herausgefunden hat, als er in die Badewanne gestiegen ist und das Wasser übergeschwappt ist. Ja, das ist deswegen so, weil an der Ober- und Unterseite von Kirby unterschiedlich starke Drücke sind. Ah, okay, das heißt, hier oben ist weniger Luftdruck als hier unten und deswegen gibt es quasi den Auftrieb eine Kraft, die dem entgegenwirkt. Ganz genau. Deswegen fällt Kirby langsamer und das können wir euch auch nochmal demonstrieren. Wir haben nämlich einen riesen Kirby mitgebracht. Henry, du bekommst mal den kleinen und ich habe hier nochmal den großen Kirby für euch mitgebracht, den größten Luftballon, den wir finden könnten. Und die lassen wir jetzt mal zeitgleich fallen. Genau. Henry, ich steige mal hier nach oben, du gibst mir den hoch und dann zeigen wir euch, dass das wirklich funktioniert. Und wir starten jetzt hier auf derselben Höhe, Henry, bei 3, 2, 1 und 0. Wow. Spitzmäßig. Fassen wir also zusammen. Kirby könnte, wenn er die Druckdifferenz aufrechterhält, seine Gegner einsaugen durch Temperaturunterschiede oder so eine Turbine in sich drinne. Das würde funktionieren. Als Riesenball würde er außerdem wirklich sehr sanft zur Erde sinken. Das haben wir hier im Experiment bewiesen. Wenn ihr noch eigene Ideen habt für Superhelden, dann schreibt es in die Kommentare bitte. Henry und ich, wir freuen uns auf neuen Input. Auf jeden Fall. Ansonsten sehen wir uns erstmal nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.